Hi, bist du schon 16? Wenn ja, dann kannst du am 9. Juni zur Europawahl gehen und deinen Interessen eine Stimme geben. Wofür interessierst du dich? Was ist dir wichtig in Europa, in der Gesellschaft? Wovon träumst du? Informier dich doch einfach mal über das Parteiprogramm der einzelnen Parteien, die du wählen kannst und entscheide dich dann dafür, welche Partei deinen Interessen am nächsten kommt und dich somit für die Demokratie in Europa einsetzen. Denn jeder, der wählen geht, der hat einen großen Anteil daran. Je mehr Menschen wählen gehen, desto höher ist die Beteiligung an den Europawahlen, desto höher ist die demokratische Beteiligung. Du engagierst dich für die Demokratie und du lebst den Frieden und die Werte, die wir in Europa vertreten. Wir genießen es doch, in Frieden in Europa zu leben. Wir genießen es, reisen zu können, Freundschaften mit anderen Menschen in Europa schließen zu können. Und wenn du möchtest, dass das so bleibt, dann nutze deine Chance, geh ins nächste Wahlbüro oder beantrage die Briefwahl. Ich danke dir. Ich danke dir.